Oh, El Walker! El Walker tritt auch mal! Oh, Brülli, Brülli, ich werd heute Spaß haben an dem Video schneiden, Alter. Oh je, mit Camtasia, äh, mit Share Factory eh. Ja, meine kommen dann erst im Dezember. Ich weiß nicht, ich guck mal, also wenn ich sie bearbeitet tue und so, aber hochlade tue ich sie heute nicht. Eventuell vielleicht morgen. Mal gucken. Ich werde im Moment keine Zeit mehr haben, irgendwas zu gucken, ey. Ich hab die vom Revillo noch niemals geguckt, die letzten beiden. Ich komm zu nichts. Der Olli auch nimmer so viel, der ladet auch kaum ein Video auf seinen Hauptchannel hoch. Ja, aber ich sag, die letzten beiden hab ich auch schon nicht mehr gesehen, ey. Die ersten sechs Minuten, willst du mich verarschen? Nein, ich hab das komplett geguckt. Ich hab das komplett geguckt, aber ich hab gesagt, die ersten sechs Minuten waren lustig. Die ersten sechs Minuten, da hörst du mal, weil Stunden da schon drauf sind? Weißt du? Das ist lustig, wie gesagt. Wir sind keine Bots. Sechs Minuten lustig. Da fängt er auch noch mit ein Trenn in den Staffeln an zu gucken. Sechs Minuten, weißt du, in sechs Minuten guck das Video an und die anderen sechs Minuten sind scheiße. Sechs Minuten, die Folge in vierzig, fünfzehn Minuten gehen die. Ah ja, sag jetzt. Wir haben eine Stunde, vierzig Minuten so. Starten. Dann sag ihm mal. Wie die läuft? Ja, hallo Party Бибель. Wir sind Climate Ports. Ja. Wir sind leider nur ein Paar, wir sind ja, nur ein Paar. Ja, leider nur die. Wir sind Da. Ja, Marci, Artikel 17 ist schon seit einem halben Jahr durch, ich sag dir jetzt schon mal, frohe Thanksgiving oder sowas, ja, heute mit der Weile, Tobi, Frau Brülli, Marci, Extreme Tobi, Mel, Glühwein-Change und euer DJ Brülli. Happy Halloween. Happy Schnauze. Ich nehm einfach auf, ich sag gar nichts mehr. Die babbeln ja alle dazwischen von dem her. Sabbel, 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 sabbel. Ich ess meine Pommes weiter. Hat der Onix auch schon mal gedacht. Ja, ja, ess meine Pommes weiter. Immer mit so Laien zusammenarbeiten. Einmal, einmal mit Profis. Oh, oh, ich brauch ein anderes Auto, ich brauch ein anderes Auto. Ich nehm der Chester, könnt machen, was ihr wollt. Marci, einmal eins. Ich nicht. Was, Tobi? Diesmal ist der Rennstrecke. Oh nein, ah, nein. Einmal eins. Selber Schuld. Einmal eins und zwei. Ah, nein, das gilt nicht. Ein mal eins. Wenn ein mal eins, das sind zwei. Eins. Nein, fünf, fünf. Ah. Einmal eins ist eins, aber nicht zwei. Das sind fünf. Ich dachte, zweimal drei wäre fünf. Einmal eins sind 20. Zweimal drei sind sechs. Ist das ein richtiges Rennen? Ja. Ja, ist ein richtiges Rennen. Das ist ein richtiges Rennen. Setz, äh, jetzt rennkupieren. Setz ergibt drei mal drei. Party, people, are you ready? Seid ihr bereit? Für... Wow. Aber geile Driftkugel. Ja, geht doch. Hey, ne Binks. Tschüss, Party, people. Aber schön mit euch. Ich fahr mal schon mal ein bisschen vor hier, ne? Wir sehen, was ich ziehe. Das fährt mir doch so komisch. Maßlos. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, so gut. Oh, Mülle. Boah, Alter, das wird scheiße. Mülle. Vor allem mit dem Auto, mit dem Auto. Ich komm da hinten an eine Stöckelschuhe. Ich komm da hinten an eine Stöckelschuhe. Zero hier und... Was, Stöckelschuhe? Hab jetzt auch verstanden gerade. Aber ich muss mich gerade mega aufs Rennen konzentrieren. Nein, keine Konzentration. Nein. Ich bin vor der Strecke. Ich liege hier am Tanker in dem Mix. Ich komme nicht weg. Ich stehe vor dem Baum. Ich hänge im Baum. Im Busch. Fest. Und im Busch. Wuhu. Da, 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 da. Ja, ich hab doch nicht vor euch gewarnt. Jetzt gehen die Action wieder los hier. Hau ab. Ich will Fitter-Plan. Sonst wird das ja langweilig hier. Ich fremse mal. Wow. Oh, no, no, no. Nein, du. Tschüss, Brülli. Ich stehe in der Garage. Nee, fast. Fast. Ihr seid gemein. Ihr seid voll gemein. Oh, dann lasst es wieder. Ich habe so ein Router-Bohle-Match. Oh, hier, überall Wasser. Tobi falsch. Ey, wegen euch. Wegen den Marcion. Nein. Es sind ja noch drei Runden von dem her. Mille, der kann kein Auto fahren. Ja, der überschlaft sich hier. Mille überschwingt sich immer. Und warum redet Mille nicht mehr? Weiß nicht. Ich war gar nicht. Der meint vielleicht, wir reden schon genug hier. Oh, die Frau ist vor mir. Oh. 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 Alter, die Karre, die hüpft so, ne? Nein, die steht am Ende nicht mit dem Schein. Oh. Was? Oh, Tobi. Oh, Tobi. Oh. 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 Seid ihr bescheuert! Ich fahr vor! Geh doch weg, Alter! Totes Fibu! Verpiss dich! Nicht gut! Ja, hup du mal! In Mix! Wow, der Tobi! Das ist ein geiles Rang! Da hättest du mehr rummachen müsst! Geile Brunny gewinnt! Das ist nicht wahr, ey! Das ist der Brunny! Das ist der Brunny! Die geile Sau, geile Sau, geile Sau, geile Sau! Brunny, löscht dich und mach mal 10 Runden! Ja! Wenn du mit 16 Leute sind, dann kannst du 10 Runden machen! Boah! Wann machst du da? Wann machst du da? Alter! Mille! Warum stehst du da? Ich hab auch gefragt, wann machst du da? Überall sind hier die Wasserfontäen! Was ist los? Ich hoffe, das hast du nicht gesehen! Doch, hab ich! Frau! Schau! Ich komm! Erscheinen rein! Ich bin knapp 3 Sekunden hinter dran! Ja! Bulli hat scheiß auf und auf einen, ey! Ja! Soll ja Spaß machen! Nein! Eike, Vorsicht! Ich bin links neben dir! Oh, wie rum ist das Lenken hier? Alter Vater! Mach mal Kurve, oh Gott! Schön Kurve genommen und Speed nehmen! Wow! Oh, ich hab noch Fenster auf! Upsi! Nein! Was hast du für... Ey, dann hab ich doch auch schon mal gehabt hier! Alter, kenn ich doch! Dich am Wimmel! Oh, guck mal, wie schnell er auf einmal ist! Wenn ich wieder abhauen von mir, ey! Bremsen! Wow! Bremsen! Marci sind es noch 1,3 Sekunden! Ja! Nur wenn ihr Scheiß aufholen! Scheiße! Bei Marci sind immer alles scheiße! Wow! Oh, du kannst aber schnell wegrutschen hier! Nein! Nicht ins Gemüse! Nein! Aua! Tobi, du lehnst nicht rechts! Wow! Boah, Frau! Das war knapp! Wir haben mir fast einen Kinner angegeben! Nein! Nein, Alter! Ich bin 4 Winner! Oh, Windschatten! Wow! Shit! Hier war ich doch gerade schon mal! Nein! Da ging mein Vater ganz außen noch seine Kreise. Wer ist denn das? Alter! Ich komm nicht mehr klar! Ich bin am Arsch! Mein Auto ist kaputt! Will nicht mehr! Danke! So, erstmal Ruhe! Der ist schon am Knattern hier! Ich glaub der jetzt voll hinüber! In meiner Knalle schon seit 5 Runden, ey! Letzte Runde! Nein! Nein! Scheiß Strom! Nein! Ohhhh! Ab mir gerne! Mille hofft rum! Boah, Mille! Boah, ey! Boah, Alter! Boah, Alter! Nein! Ach! Ach! Sieh! Das ist genau deswegen nehm ich den GG! Wasi! Mille! Mille! Hör auf! Oh Gott! Au! Oh, Opa! Mein Leg! Wie ich fette! Oh nein! Main! Tobi! Main? Sau! Du alte Sau! Ibele! Scheidere nicht soooo! Nööööööä! Oh, ey! Boh, ey! Boah, ey! Danke! Oah! Aua! Jaich! Ich aber nehm' ne Auto jetzt immer, dad macht viel mehr Spaß und da passiert viel mehr aber... Dreh dich um! Dreh dich um! Dann gewinn ich ja kein Rennen mehr! Hi, Frau Prüli! Hallo! Och, Mann! Scheiße! Scheiße, ich reine fest. Scheiße, ich reine fest. Oh, mach's mit dem scheiß Auto los! Oh, was los war Ende! Scheiße! Dritter! Dritter! Ja! Nein, 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 nein! Scheiße! Hey! Wohoo! Ich bin Zweiter! Jawoll! Boah, nee, was ein Stress! Alter, Marlene, wie... Wie knapp war das zwischen uns? Ja, ne? Nein, ein Kopf in den Kopf drehen? Alter! Vier, vier, vier Millisekunden! Geil! Was ist mit dem Tobi, willst du da stehen bleiben? Ja, Pause machen! Tobi, komm! Tobi will die Pause verländern! Ja, glaub ich auch, schneid die Ehe raus, da! Alter! Alter! Boah, war das geil! Boah, war das geil! Du wärst'n jetzt Zweiter gewonnen! Ganz schön aufpassen musstest du gerade! Nö! Marcel? Ach! Hackermille, 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 ja? Hat der Millen noch gewonnen? Ja! Warte auf, die ganze Zeit bei mir! Obwohl... Ich bin voll in der Reihe! Und schnell zu runter hat er auch noch! Ist ja ungeglauben! Bühwein setzt auf 2, denn das Spiel ist kaputt! Ne, das Rennen war gut! Äh, Frölli, schau dir mal die Millisekunden an! Die Millisekunden? Ach du scheiße! Die Millisekunden! Die Millisekunden! Die Millisekunden! Die Millisekunden! Nein, ich und Marcel, wir waren bei der Krupp-an-Krupp-Rennen! Ja! Leck mich fett, ey! Marci hat auf jeden Fall gewonnen! Dritter Platz! Unfassbar! Und du hast am dritten Mal gefeuert! Und das mitten in der Woche! Ne, ja! Und dann sehen wir uns auch schon wieder! Beim nächsten Rennen und beim nächsten Video! Oder bei Generation Zero! Bei Burnout! Wie auch immer, ne? Hautste Rennen bis dahin! Danke schön auf Brülli sehen! Ja, tschüss! Hast du noch einen Trin? Ja, tschüss! Hast du noch einen Trin? Ja, tschüss! Autsch! 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 Unruhe! Du bist für heute gelesen! Ja, tschüss! Vielen Dank.